Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video erkläre ich den Aufbau eines Leitungsschutzschalters. Ich habe dazu einen Typ B 10A von ABB geöffnet, wie wir auf diesem Bild schon sehen können, und zeige zunächst den Einschaltvorgang. Beim gerade gezeigten Einschalten sind mehrere Dinge gleichzeitig passiert. Das Wichtigste dabei ist natürlich, dass der Stromweg geschlossen wurde, so dass der Strom nun über diesen Weg bei einem relativ kleinen Widerstand durch den LS-Schalter fließen kann. Wir sehen hier den gleichen Weg durch die Komponenten, die hier aus dem Gehäuse entfernt wurden. Außerdem ist eine Feder gespannt worden, die quasi permanent versucht, diesen geschlossenen Schalter wieder zu öffnen. Es ist aber gleichzeitig die Mechanik festgeklemmt worden, so dass eben die Feder den Kontakt nicht wieder öffnen kann. Auf dem Weg durch den LS-Schalter fließt nun der Strom durch zwei wichtige Komponenten. Das ist einmal hier auf diesem Abschnitt zu sehen, das Bimetall und später diese Spule. Auf diese Komponenten gehe ich nun näher ein. Wir sehen hier unten zunächst das Bimetall. Wenn ich so will, trifft der Strom zuerst auf das Bimetall. Der Weg geht hierher, hier rum, und hier sehen wir das eigentliche Bimetall. Von da aus geht es weiter zu dem Kontakt, der ja wie man eben beim Einschalten sehen konnte, dann den Strom weg schließt. Das Bimetall besteht aus zwei Komponenten. Der Strom fließt permanent hier durch. Wird der Strom etwas zu groß werden, so wird sich das Bimetall erwärmen und nach einer bestimmten Zeit der Erwärmung wird es sich so stark verbogen haben, dass es den Schalter zum Auslösen bringt. Das werde ich gleich in einem weiteren Video noch mal zeigen. Wenn der Strom nun aber viel zu groß wird, so würde dieser Vorgang des Erwärms, dieses Bimetalls viel zu lange dauern und der Strom wäre über einen zu langen Zeitraum viel zu groß. Das heißt, das Bimetall wird bei sehr großen Strömen, sprich bei Kurzschlüssen, nicht schnell genug reagieren. Da aber der Strom nun auch durch diese Spule fließt, wird bei einem sehr großen Strom es zu einer schlagartigen Abschaltung des LL-Schalters kommen, weil die magnetischen Kräfte innerhalb dieser Spule dabei so stark werden, dass dieser Stößel die Mechanik zum Auslösen bringt. Wir sehen also einerseits die sogenannte elektromagnetische Auslösung, die sehr schnell bei sehr großen Strömen reagiert, realisiert durch diese Spule und die entsprechenden magnetischen Kräfte, die dann schlagartig den Schalter zum Abschalten bringen. Und andererseits die thermische Auslösung, die bei etwas zu großen Strömen nach einer gewissen Zeit ebenfalls die Mechanik zum Abschalten bringt, indem das Bimetall entsprechend verbogen wird. Hier nochmal alle Komponenten in einem Bild. Der Stromweg über das Bimetall, über den Kontakt, über die Spule mit dem Stößel bis hin zum Endstromkreis. Das Ganze hier nochmal zu sehen im Gehäuse des LL-Schalters. Ich zeige jetzt das auslösen durch die elektromagnetische Auslösung, die ich hier manuell betätige, indem ich mit dem Schraubendreher oben einmal auf den Stößel drücke. Entsprechend wird der Schalter natürlich auch ausgelöst, wenn ich mit dem Schraubendreher das Bimetall verbiege. In der Praxis wird das dann natürlich durch den etwas zu großen Strom geschehen. Ich entnehme dem Schalter nun noch die sogenannte Löschfunkenstrecke, die bisher keine Rolle gespielt hat und deren Bedeutung ich im weiteren Verlauf des Videos noch erklären werde. Wenn der Schalter in der Praxis nun durch einen sehr großen Strom zum Abschalten gebracht wird, so gibt es an der Stelle, an der die Kontakte unterbrochen werden, einen Abrissfunken, der eine Leistung aufweisen kann, die ich hier berechnet habe. P gleich U mal I, 230 Volt Effektivwert. Ich nehme einen Strom von 100 Ampere Effektivwert an. Ich muss jeweils den Effektivwert mit Wurzel 2 multiplizieren, sodass ich hier auf eine sagenhafte Leistung von 46.000 Watt kommen, die im Abschartaugenblick im Extremfall hier auftreten können. Übrigens vielen Dank für den Hinweis eines Zuschauers, der in der ersten Variante hier einen bösen Rechenfehler entdeckt hat. Laut des Induktionsgesetzes ist es so, dass eine induzierte Spannung proportional zu der Änderungsgeschwindigkeit eines Stromes ist. Da hier eine Spule abgeschaltet wird und auch andere induktive Effekte auf den Leitungen mitwirken, ist es tatsächlich so, dass durch diese schnelle Stromänderung, die ja hier gewünscht ist, ich will den Strom ja schnell abschalten, zwischen den Kontakten eine sehr hohe Selbstinduktionsspannung auftreten kann. Die kann viel größer sein als 230 Volt. Die insgesamt frei werdende elektrische Energie wird in Wärme umgesetzt, wodurch die Kontakte miteinander verschmelzen können. Und dabei erreiche ich natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Denn die Kontakte sollen ja geöffnet werden und werden sie nun miteinander verschmolzen. So ist natürlich genau das Gegenteil erreicht. Dagegen muss hier etwas getan werden. Das Verkleben der Kontakte wird nun dadurch verhindert, dass die frei werdende Wärmeenergie auf dieses Kupferpaket, das aus Kupferplättchen besteht, gelenkt wird. Die Kupferplättchen sind gegeneinander auf Abstand gehalten, so dass normalerweise im Normalbetrieb kein Strom über diese Strecke fließen kann. Entsprechend hier. Da aber nun die hohe Spannung, die beim Abschalten entstehen kann, auch zwischen dieser Kupferplatte und dieser Kupferplatte besteht und auch zwischen diesem Bogen und dieser Kupferplatte, wird es nun zu einem Durchschlag auf dieser Strecke kommen und auf dieser Strecke, so dass ein großer Teil der frei werdenden elektrischen Energie in diesem Kupferpaket in den Platten verbleibt. Dadurch wird natürlich der eigentliche Schaltkontakt erheblich geschont und der Schalter ist in der Lage, hohe Ströme zu schalten. Das hier abgebildete Exemplar kann bis zu 6000 Ampere sicher schalten. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.